Und RB Leipzig, Kampel, Kampel mit dem Lumpfer, Wang in der Mitte, ist Forsberg und er macht das Tor! Bist du den Verrückt? 120. Minute, der Mann mit dem Match wieder geht, Ebi Forsberg. Alle Leipziger auf dem Platz. So ging das Kampel. Kein Abseits von Wang. Kein Foulspiel irgendwo. Klasse gespielt. Nach 120 Minuten, so ein Spielzug von Kampel inszeniert. Wang weiß genau, was er tut. Und Forsberg auch, nicht einfach nur den Löffel reingehalten, sondern gegen den Lauf von Pablenkack.